Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part Sims Lebensgeschichten. Unsere beiden, Naomi und Lukas, liegen scheinbar im Bett. Und ja, ich hoffe mal, denen geht es soweit ganz gut. Nee, Naomi hat natürlich immer noch hier ihre Probleme. Handrang, Hunger und Energie hatte ich ja im letzten Part schon festgestellt. Lukas schläft auch, aber gut. Dann wollen wir die beiden mal schlafen lassen. So, hoffe, das gibt sich dann wieder. Naomi muss ja eh nicht arbeiten und Lukas müsste wann wieder... Ach, der hat auch frei. Okay, ja, das ist schon mal gut. Der hat seinen freien Tag. Das ist perfekt. Gehen wir mal auf Naomi, dass wir hier nichts verpassen. Gott, die steht bestimmt gleich auf, weil sie aufs Klo muss. Ja, hab ich doch gewusst. Na, Süße, musst du dringend Pippi? Dann renn mal. Er hat aber auch schon einen ganz schön dicken Bauch. Und Hunger hat sie auch. Dann überlege ich, dann gebe ich ihr erst mal was zu essen. Nicht, dass uns die gute Schwangere verhungert. Dann kannst du vielleicht noch Hände waschen. Hände waschen. Und dann gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwas im Inventar rumliegen? Was ist das da? Keine Ahnung. Aber hier, das sieht lecker aus. Das darf sie haben. Und dann erst mal was essen. Zack. Bevor sie wieder so müde ist, dass sie beim Essen einpennt. Ne? Wir kennen das ja. Sie putzt sich die Finger. Ja, dann komm mal runter. Ja, so eine Kugel schiebt sie jetzt schon vor sich rum. Also ich würde sagen, sie ist schon hochschwanger. Da kann ja eigentlich nichts mehr dazukommen, oder? Irgendwie habe ich das verpasst, wie sie von normal schwanger auf hochschwanger gewechselt ist. Ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber sie sieht für mich sehr hochschwanger aus. Also kann das hier eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Ja. Und mit den Namen. Ach, das ist mir jetzt alles so piepsig. Fällt uns schon irgendwann rein. Ich habe das ja jetzt alles auch ein bisschen im Vorfeld schon aufgenommen, weil ich ja noch ein paar andere Sachen geplant habe. und aufnehmen musste. Und ja, Gott. Egal. So, dann isst du mal schön. Ham, 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 ham. Genau. Dass du uns nicht verhungerst. Sehr gut. Das läuft doch. Oh, nein, 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 nicht einschlafen. Nein, nicht. Kurz mal geküsst. Okay, komm, den isst du aber jetzt noch auf. Den schaffst du noch, oder? Ja. Nein, nicht einschlafen. Nein, nein. Warte mal kurz. Das nehme ich schon mal wieder weg. Für später. Schaffst du den nicht mehr? Komm, die zwei Häppchen. Ja, gut. Ja, ja, du darfst direkt wieder ins Bett. Ganz klar. Und Abmarsch. Ja, geh, komm. Lass das Ding stehen. Es ist egal. Das darf dein Mann dann wegräumen. Mach du, dass du ins Bett kommst. Ich finde ja schlimm, wenn Schwangerauch noch immer Treppen steigen müssen. Ja, das ist eigentlich nicht so. Das Gute. Da hat man schon was zu... Naja, aber egal. Sie kriegt es ja hin. So, Abmarsch. Genau. Und Haier machen. Die ist ja knallrot. Aber immerhin verhungert sie uns jetzt nicht. Also sie war auf Toilette. Sie verhungert nicht mehr. Und alles andere ist ja wurscht. Oje. Und Lukas ist gleich wieder wach. Na gut, bleiben wir trotzdem mal ein bisschen auf Naomi. Es bringt nichts. Jetzt ist er wach. Oh, wie gemein. Ja, dann streck und reck dich mal. Geh mal da. Und kannst auch mal da gehen. Ach ja. Sag mal, wir warten aufs Baby. Ist fast wie wir warten aufs Christkind. Ja. Und sie schnarcht sich eins. So, wie sieht es da aus? Das darf er dann hinterher säubern. Da darf er heute mal ein bisschen den Hausmann spielen. Kann sich gleich mal dran gewöhnen, wie das so ist, ne? Ich habe ja von Anfang an ein bisschen drauf geachtet, dass er nicht alles seiner Putzmamselle überlässt. Insofern ist er das ja wahrscheinlich schon gewöhnt, dass er das auch mal sauber machen muss. Mhm. Ja, gut. Wie sieht es mit der Dusche aus? Die ist noch in Ordnung. Okay. Äh, halt. Na, hallo? Was ist hier los? Naomi, ist schon wieder wach? Oder? Nein. Du bekommst jetzt das Baby. Na, das wird dann aber ein kurzer Part. Der hat noch... Ich habe es aber fast geahnt. Der hat ja gar nicht mehr viel gefehlt. Ich habe es aber fast geahnt. Oh! Ich habe es aber fast geahnt. Oh, ich habe es aber fast geahnt. Wir haben ein Bängelchen bekommen. Ja, Supi. Ich glaube, ich erinnere mich an einen Namen aus einer gewissen Antwort, wo ich schon mal euch nach Namen gefragt habe. Ja, doch, ich glaube, ich erinnere mich da an... Welchen nehme ich denn jetzt davon? Naomi, Lukas und... Naomi, Lukas und... Naomi ist ja doch... Doch, ich denke, ich nehme... Marcel. Ich glaube, der war dabei. Ein Marcel haben wir hier. Ja, jawohl. So, na, das ist ja prima gelaufen hier. Dann knuddel ihn mal und dann spiel mal mit ihm. Und dann darfst du ihn auch direkt wieder knuddeln. Und dann darfst du ihn an deinen Mann geben. Zack. Ja, hallo, du? Schau an, schau an. So funktioniert das. Was willst du denn jetzt? Das ist ein Fähigkeitenpunkt. Mit Lukas tanzen sprechen und den Rücken kraulen. Ja gut, ihr Lieben. Also, ihr seht schon, das wird der letzte Part werden. Aber wir machen natürlich noch richtig schön Ende und so. Und ja. Wer ruft denn jetzt an? Ah, ne, die kann jetzt nicht. Ja, hallo, du, äh, hör mal auf. Ja, hör mal da auf. Und du geben an. Machst du das? Das hatte ich ja vorher schon gesagt. Äh. Nimm ihn mal, bitte. Äh, weil, ihr seht's, Naomi ist immer noch hundemüde. Die darf wieder schlafen gehen. Muss sich erstmal von der anstrengenden Geburt und allem erholen. Ja, und wie geht's denn dem Lukas? Der freut sich natürlich auch. Der will gleich wieder Sachen kaufen. Natürlich all das, was wir gar nicht brauchen. Okay, du darfst dann erstmal knuddeln und auch spielen. Und nochmal knuddeln und damit's dem Kleinen richtig gut geht, das Fläschchen geben. Dann bist du mir nämlich da oben aus der Füße. Ja, huhu, ich weiß, ich weiß. Leg dich wieder hin, Naomi. Das hast du dir echt verdient. Mach das, ins Bett kommst. Lukas spielt heute Papa. Ich werde jetzt die ganz normale Folge noch aufnehmen und, ja, wie man sieht, wir haben es tatsächlich geschafft. Lukas, Naomi und ihr kleiner Sohn Marcel sind eine richtig nette und glückliche Familie. So wie man sich das für so ein Happy End auch vorstellt. Mal gleich den Papa vollkotzen. Ja, so ist das brav. Das war bestimmt die Rache dafür, dass Naomi gestorben war. Mhm, das weiß der Kleine alles. Glaub's mal. So, geh mal aus den Füßen. Genau. Weil wir brauchen ja jetzt natürlich auch entsprechende Sachen. Und zwar brauchen wir, wo sind die Sachen hier, sowas? Hm, farbliche Gestaltung fände ich doch mal sowas schön in Gelb. Das passt doch hier bestimmt gut rein. Ja, so. Wartet mal. Ich muss erst mal wieder ein bisschen. Äh, ihr kennt mich, ne? Ich und Bauen, das ist ja immer so ein Ding. Da wir hier kein zweites Zimmer haben. Äh, äh, so genau. Zack. Geht das, wenn ich es da hinstelle? Alle auch? Hm, weil noch eins weiter. Oh, doch, könnte auch gehen. Gucken wir mal, ob nebendran auch noch das, ähm, naja, das kann man jetzt nicht. Ja, egal, das wird dann halt so bunt. Wickeltisch. So, guckt mal. Sieht doch ganz nett aus. Und Babys, am Anfang schlafen sie eh noch bei den Eltern. Also denke ich, ist das hier ganz okay so. Ne? Mehr gibt's hier auch gar nicht fürs Baby, was es momentan bräuchte. Wir könnten höchstens mal gucken, ob es hier so, ah, ja, sowas zum Beispiel gibt. So, andere Sachen gibt's noch nicht. Ne, das, weil da hab ich ehrlich gesagt nie geguckt. So ein Flugzeug fürs Kind, so übers Bett vielleicht. Das, weiß nicht. Ja, das sieht doch hübsch aus. Guckt mal. Kann ja gleich wie der Papa, ne? Schon mal über so luftige Dinge nachdenken. So, Satelliten in die Luft schießen und was weiß ich nicht noch. Das find ich doch ganz niedlich, ja. Genau. Hm? Genau. Und er füttert jetzt erstmal Baby Lee. Ach schön. Da haben wir das doch. Ja, gib mal deinem Sohn die Flasche und hinterher nicht mehr mit ihm spielen. Du bist schon vollgekommen. Ja, das ist jetzt mal egal, dass du hier, ähm, ne? Oh, du wohl lieber nur boh. Und danach hüpfst du hier unter die Dusche. Aber erst müssen wir das Bäuerchen hören. Hallo, kleiner Mann? Ja, brav so. Ganz brav. Och, zeig mal. Bist du auch ganz der Papa? Hm? Ah, blaue Augen hat er jedenfalls. Wer hat denn von euch hier die blauen Augen? Ja, dann geh halt. Ich hab doch schon angeklickt. Äh, ja. Was soll dein Kind von dir denken, ne? Aber das Kind ist ja auch schuld. Also egal. Na, fein. Das finde ich doch herzallerliebst hier. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Dass es dem Papa auch wieder gut geht. So. Und dann darfst du den kleinen Kerl hier gerade wieder schnappen. Nochmal knuddeln. Und weil das auf dem Fußboden ja wirklich nicht das wahre ist, darfst du ihn ins Bett legen. Ja, zeig ihn nochmal. Ich wollte ihn doch mal. Ah, noch ein Bäuerchen. Guck mal. Ja, hallo, süßer. Ach, goldig. So, dann bring ihn hoch. Leg ihn ins Bett. Und dann kannst du erst mal putzen. Also. Wegwerfen. Abspülen. Ach, wie gut, dass der Mann heute frei hat. Das hat doch gepasst, oder? Finde ich echt prima. Und dann kannst du hier säubern. Und anschließend... Wer hat jetzt hier noch die Essenssachen gehabt? Naomi. Ja, wir machen erst mal Reste vertilgen. Ähm, dann... Das ist irgendwie was Leckeres, glaube ich. Darf er sich das gönnen? Wir machen erst den Teller, oder wir machen erst den Teller und hinterher darf er die Dusche putzen. Ist besser. So. Und der kleine Prinz schläft. Zeig ihn mir mal. Ja, halt. Guck ihn. Ach, jetzt liegst du so rum. Auf dem Kopf. Mh, du süß. Hallo. Schlafmaus. Ach, niedlich. Habt aber ein schönes Baby gekriegt. Ja, und eine riesen dicke Windel hat der an. Ja, okay. Sehr fein. Bin ich doch sehr zufrieden damit. Und vor allem, das passt auch wunderbar. Die Fahrgemeinschaft für Naomi fährt in etwa in den Stutz. Kannst du vergessen. Naomi hat heute noch frei. Ne? Die muss jetzt nicht. Äh, halt, wo gucke ich denn da? Die hat drei Urlaubstage. Und ich sag mal, den heute nimmt sie mal auf jeden Fall. Was hat sie eigentlich sonst noch für Wünsche? Ja, können wir mal Rücken kraulen. Ja, den machen wir mal fest. So, genau das machen. Und dann wieder aufräumen. Und dann gucken wir mal. Ne? Herr Papa. Ja, und Geld haben sie auch noch. Sie haben natürlich nicht mehr so viel wie ganz am Anfang. Also, die Millionen hinten dran ist es nicht mehr. Es sind nur noch 3000. Aber es könnte schlimmer sein. Und ich glaube, Lukas ist ein ganz zufriedener und glücklicher Mann. Mit seiner kleinen Familie. Da haben wir auch schwer was für getan, ne? So, dann darfst du ein bisschen Fernsehen gucken. Sei dir gestattet. Oh, wo ist die Zeitung? Ach, da. Okay, ich dachte schon, da wäre vielleicht wieder jemand gewesen, hätte die Zeitung geklaut. So, hier wollen wir mal gucken, wie es Naomi geht. Und dem kleinen. Ja. Nichts gibt's. Lasst Naomi schlafen. Die ist immer noch hundemüde. Dann muss er erst mal sich um die anderen Bedürfnisse kümmern. Und der Papa spielt heute den Hausmann und Papa. Ne? Ja. Guck da schön. Was hast du denn? Achso, du hast ja nur diese komischen Wünsche da. Ach ja. Brauchst du noch irgendwas? Ne? 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 Eigentlich nicht. Ach, ja. Dann nimm mal den Marcel da raus. Der muss dringend gewickelt werden. Aber es hat doch gut geklappt. Sie ist wenigstens wieder halbwegs fit. Wer von euch stinkt jetzt am meisten? Jahu. Ach, ist das nicht schön. Wusselacki. 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 Was auch immer du ihm da erzählst. So. Dann könnte man den mal knuddeln. Und mit ihm spielen. Und nochmal knuddeln. Der macht aber viele Bäuerchen hier. Und dann darfst du ihn gerade nochmal ins Bettchen legen. Oder an den Papa geben. Das kannst du auch machen. Dann gibst du es hier an den Papa. Äh, Marcel geben an. Und du darfst erstmal was essen. Bevor wir uns hier bei Naomi noch um irgendwas anderes kümmern, darf die erstmal was essen. Sonst verhungert sie nämlich gerade wieder. So. Dann komm mal runter. Hallo. Kommst du? Ach, nee. Was machst du dann? Hier, ich habe gesagt. Äh. Hä? Was hat sie denn jetzt gemacht? Hat sie ihn hingelegt? Ah ja, gut. Dann leg ihn hin. Ist mir auch recht. Auf jeden Fall. Du nimmst dir jetzt einen Teller. Und du, äh. Ja, du gehst das Baby angucken. Genau. So gehört es. Ach, Leute. Macht es doch nicht so kompliziert. Du hättest ihn auch runterbringen und ihm geben können. Hm, hm, hm. Ja, guck mal da. Flugzeug betrachten. Hi, hi. Nee. Oh, Fanko. Brauchen wir nicht betrachten. Ah, der Kleine kriegt das Fläschchen. Genau. So ist doch schön. Ja, Naomi hat sich einen Tag bezahlt im Urlaub genommen. Richtig so. Ja. Und da haben wir die Eintracht der Familie. Ist das nicht schön? Genau. Schmeiß es wieder auf den Boden da. Und knuddeln. Und wieder Mahlzeit. Dann kannst du Marcel da absetzen und gehst das bitte wegwerfen. Mahlzeit, ein Supi, wie der Bäuerchen macht. Ey, das macht nicht jedes Kind so einfach. Bei Marcel läuft das wie geschmiert. So, okay. Sie hat zwar immer noch Hunger, aber sie darf sich jetzt auch bitte mal hier wieder in Ordnung bringen. Und dann kann sie ja immer noch das letzte Stück da essen. Während der Kleine da rumliegt. Ja, ach, was haben wir da? Hi, hi, hi. So, Momentchen. Was will der Herr Papa? Abspülen. Ja, aber bitte nur den Teller. Nicht den, den Naomi noch essen will. Ach, mal gucken. Kommt der überhaupt ans Spülbecken? Doch, müsste klappen. So, dann machst du das noch. Dann warten wir noch, bis Naomi sich wieder hergerichtet hat und am Tisch sitzt. Und dann schauen wir mal, ne? Dann würde ich sagen, das reicht dann auch. Dann setz dich mal da hin. Oder willst du lieber nochmal dein Kind knügeln? Kann man auch machen, ja. Du denkst über Nährung, Baby, nachher. Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Nur da wäre ich dann nicht mehr dabei sein. Was ist? Hm? Ja. Juhu, da kommt deine Frau. Dein Herzallerliebster. Ach, ach. So. Und da haben wir unsere kleine Familie. Und mit diesem Bild werde ich mich dann auch verabschieden von euch. Ich hoffe, ich habe es somit den Wunsch erfüllen können. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch der Name und überhaupt, wie das hier lief. Ich freue mich, dass ihr so schön zugeschaut habt. Ja. Ähm, noch eine kleine Info im Anschluss, da das ja jetzt der letzte Part war. Nach den Sims-Lebensgeschichten werde ich als nächstes Projekt ersatzweise dafür. Ähm, na, wie heißt das Ding, was ausgewählt wurde noch? Ähm, Moment. Ich muss mal schauen. Ah, ja, genau. Die Sims 2, also machen wir es so. Morgens wird es weiterhin die Sims 2 ganz normal geben. Mittags gibt es nach Absprache mit den Leuten, die abgestimmt haben, die Kunst des Mordens. Ein ganz neues Let's Play von mir mit einem ganz neuen Spiel, das ich, wie gesagt, selber noch nicht kenne. Und hoffentlich mit euch zusammen entdecken werde. Und abends wird es die Sims 2 Challenge geben. Das Irrenhaus. Deswegen, äh, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ich schreibe es auch nochmal in die, äh, Videobeschreibung mit rein. Und ja, denke, das wird bestimmt lustig werden. Verabschiede mich von euch und wünsche euch noch alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.